Wenn du überlegst, Drohnen im Bereich Land- und Forstwirtschaft einzusetzen, dann schau dir dieses Video an, denn es könnte dein Leben verändern. Ich vermute mal, dass nicht ganz so extrem ausfallen wird, aber in den folgenden Minuten möchte ich dir einen kleinen Einblick geben, was man im Bereich Multispektral-, Hyperspektralkameras und so weiter in den besagten Anwendungen land- und forstwirtschaftliche Themen so alles mit Drohnen machen kann und wo diese Geräte nützliche Helfer sein können und alles weitere nach dem Intro dann Schritt für Schritt erklärt. Die Einsatzmöglichkeiten von Drohnen in der Land- und Forstwirtschaft sind natürlich unglaublich breit und da gibt es auch sehr viele Spezialanwendungen. Ich werde diese Anwendungen nur anreißen in diesem Video, um einfach einen Gesamtüberblick über die Möglichkeiten zu geben. Vielleicht hast du dann einfach ein paar Ideen, ach guck mal, ich habe das Gerät eigentlich geplant für meine Jagd, für meine Rehkitzrettung oder ähnliches einzusetzen und das wusste ich ja gar nicht, dass ich das auch hier für meine forstwirtschaftlichen Anwendungen dort nutzen kann. Das ist die Idee dahinter, einfach einen kleinen Einblick zu geben. Wenn ihr Interesse oder den Bedarf an speziellen Videos habt, dann einfach hier drunter kommentieren. Komm mal hier, macht auch mal bitte ein Video zum Thema Borkenkäferbefalldetektion mit Drohnen und so weiter. Dann können wir schauen, dass wir das aufnehmen und Schritt für Schritt da eventuell auch einfach Videos danach liefern können zu den speziellen Anwendungen. Ich würde jetzt einfach mal Schritt für Schritt durchgehen. Wir fangen mal an bei dem Thema der Landwirtschaft. Landwirtschaft natürlich auch unglaublich breit, was ich machen kann. Prinzipiell das Erste und Einfachste, was ich machen kann, natürlich mit einer Drohne, selbst mit so einem kleinen Modell, der Mavic-Serie, dass ich beispielsweise Wildschäden dokumentiere, jetzt im Herbst oder wann auch immer, dass ich vollautomatisch meine Schläge abfliege und dann eben mit einer entweder kleinen Vermessungssoftware, also es gibt so einfache 100-Euro-Software-Produkte, mit der ich schon im Bereich Wildschadensselektion, Flächen- und Streckenvermessung auf meinen Feldern arbeiten kann, ohne jetzt irgendwas abzugehen oder abzuschätzen, gibt es wirklich günstige Softwarelösungen oder wenn ich das im hochqualitativen Vermessungskontext anwenden möchte, dann gibt es natürlich entsprechende größere Vermessungsdrohnen, die wirklich auch Zentimetergenauigkeiten dann von der Auflösung und von der Messgenauigkeit erreichen und wo ich dann eben auch 3D-Modelle in Richtung Volumenberechnung und so weiter erstellen kann, Biomasse, Bestimmung und alles, was dazu gehört. Aber es gibt eben, wie gesagt, auch einfache Aufmaßmöglichkeiten mit einer 100-Euro-Software. Dafür haben wir zum Beispiel, wenn euch das tiefer interessiert, haben wir ein spezielles Online-Training erarbeitet, was eigentlich eher für Handwerk und Industrie gedacht ist, also Dachdeckermeister und so weiter, wo wir aber auch einige Anwendungen aus der Agrarwirtschaft und so weiter mit drin haben. Und das ist oben verlinkt, da haben wir ein Online-Training, wo wir im Detail diese Softwareprodukte zeigen, um die Einzelbilder meines Feldes zu einem Bildmosaik, also einem Google Earth-Bild sozusagen zusammenzusetzen und dann anschließend dieses Bild in Richtung Flächenvermessung oder auch Volumina-Bestimmung mit einfacher oder komplexerer Software auch nachzubearbeiten. Guckt euch das an, entsprechende Online-Trainings sind hier verlinkt, wenn das von Interesse ist. Ist ein absolutes Thema für sich, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, so wie alles im Leben. Wenn man es zweimal gemacht hat, ist es nicht mehr kompliziert. Am Anfang ist es schön, wenn man an der Hand genommen wird und dafür haben wir unsere Schulung. Das, was ich auch machen kann, natürlich typischerweise, was ja sehr viel eingesetzt wird mit den Drohnen mit Wärmbildkamera. Hier zum Beispiel oben die 640 Pixel Wärmbildkamera, unten die optische Kamera. Bei dieser Drohne kostet es so um die 5000 Euro netto, die Mavic Advanced Drohne. Und da habe ich die Möglichkeit, mit meiner Wärmbildkamera natürlich auch Rehkitze zu suchen im Frühjahr vor der Mart oder eben jetzt im Herbst in Richtung Schwarzwild das Ganze einzusetzen, Wild in der Deckung zu detektieren und so weiter. Also auch wenn ihr Jagdthemen habt oder auch Naturschutzthemen habt, dann kann ich die Wärmbildkamera da sehr hervorragend verwenden. Da haben wir zig Videos dazu gemacht, weil das ist ein absolutes Thema für sich. Auch wie man da die Missionen plant, dass die Drohne automatisch die Fläche abscannt und ich mich nur noch auf mein Wärmbild konzentriere. Auch oben rechts da einfach ein paar Videos zu diesem Thema nochmal verlinkt. Guckt da einfach mal rein. Und das ist das Thema Wärmbildanwendung mit Drohnen natürlich eher in Richtung Tierdetektion dann auch nutzbar. Oder plump gesagt, wenn meine Kühe irgendwie abhandengekommen sind, dann fliehe ich halt meine umliegenden Schläge ab und sehe genau, wo meine Stücke dann sozusagen stehen und kann die dann eben wieder nach Hause bringen. Das ist Wärmbild. Das, was eher interessant ist, ist das Thema, oder zumindest so im Bereich reine landwirtschaftliche Themen interessant ist, ist das Thema Precision Farming. Das heißt Düngemitteloptimierung etc. Da wird typischerweise mit Multispektralkameras oder Hyperspektralkameras geflogen. Das ist ein extremes Thema für sich, da könnte ich stundenlang was drüber erzählen, aber in dem Fall reiße ich es nur an. Die Idee dahinter ist, mal sehr, sehr vereinfacht gesagt, dass ich nicht mit der RGB-Kamera, also mit einer optischen Kamera, drüber fliege, oder sage ich mal nicht nur, sondern dass ich noch weitere Kamerakanäle und Aufnahmekanäle habe, sogenannte Spektralkanäle, in denen die Kamera aufzeichnet. Das heißt, ich habe nicht nur eine Kamera drin, sondern habe dann fünf verschiedene Kameras in einem Gehäuse. Da gibt es auch sehr kleine Kameras in dieser Drohnengröße, die ich dann nutzen kann. Da haben wir verschiedenste Modelle im Angebot. Und da kann ich dann, indem ich diese Spektralkanäle miteinander verrechne, im Nachhinein sogenannte Falschfarbenbilder erzeugen. Und mit diesen Falschfarbenbildern kann ich spezielle Anomalien im Pflanzenwachstum oder identisch auch in der Forstwirtschaft im Bereich meiner Nadelgehölze oder ähnliches detektieren. Das heißt, alles, was sich in Richtung Schädlingsbefall, Überdingung, Unterdüngung, Wasserstau im Boden, also höhere Bodenverdichtung oder ähnliches im Pflanzenwachstum negativ oder auch positiv darstellt, kann ich mit diesen Multispektralkameras detektieren. Warum nutze ich denn die und warum kann ich das nicht so gut im RGB-Bereich, also im normalen Fotobereich, machen? Der Hintergrund ist, dass die Chlorophylausdünstung der Pflanzen, speziell im sogenannten Na-Infarrot-Spektralbereich, das so um die 1000 Nanometer vom Spektrum her, am stärksten ist. Das heißt, vereinfacht gesagt, ich werde euch jetzt nicht tausende Graphen hier zeigen, das ist relativ komplex in der Physik, habe ich, wenn ich im optischen Bildbereich drüberfliege mit meiner Standarddrohne, habe ich nur ungefähr 20% des, ich nenne es mal Kontrastumfangs, meiner Chlorophylausdünstung der Pflanze, die ich im Na-Infarrot-Bereich hätte. Das heißt, im Na-Infarrot-Bereich habe ich einen fünffach höheren Kontrastumfang oder Kontrastverhältnis und kann damit kleinere Fehler oder kleinere Anomalien im Flankswachstum frühzeitig erkennen, bevor es sich überhaupt optisch im RGB-Bild oder auch mit unserem Auge sichtbar darstellt. Das heißt, ihr könnt einfach viel früher oder viel kleinere Fehler sehen und habt damit natürlich eine viel, viel höhere Aussagekraft. Und genau deswegen werden diese Multispektral- oder Na-Infarrot-Kameras verwendet. Ein, zwei Beispielbilder blenden wir hier ein, von dem rohen Bild sozusagen. Natürlich hat es einen minimalen Rotstich, es heißt ja auch Na-Infarrot. Wichtig ist, das hat nichts mit Wärmbild zu tun, das ist ein komplett anderer Spektralbereich. Wärmbild ist nochmal komplett woanders und ist auch eine andere Messmethode. Und das Spannende ist, ich brauche dafür nicht unbedingt eine 20.000 Euro Spezialkamera, sondern jedes Handy, jeder normale Fotosensor kann in diesem Na-Infarrot-Bereich grundsätzlich messen. Das heißt, die sind einfach, also die normalen Handys oder sowas, sind eben mit Hoch- und Tiefpassfiltern gesperrt, dass sie eben nur unseren sichtbaren Bereich durchlassen, weil sonst würde das Bild ja einen Rotstich haben und der Kunde wird das Handy sofort wieder zurückgeben oder die Kamera. Aber wenn ich im Na-Infarrot-Bereich messen will, kann ich diese Hochpassfilter rausnehmen lassen und könnte dann auch mit einer Drohnenkamera zum Teil je nach Modell mit im Na-Infarrot-Bereich messen, ohne eine neue Kamera kaufen zu müssen. Also das ist erstmal sehr spannende Info. Das ist einfacher als man denkt. Das Komplexste dabei ist definitiv die Erfahrung, die man haben muss, um diese Bilder auswerten zu können. und wenn ich mit Multispektralkameras arbeite, also mehrere Kanäle im besten Fall gleichzeitig aufnehme, wie ich diese Kanäle miteinander verrechne, um mein entsprechend sinnvolles Falschfarbenbild für meine gewünschten Fehler zu erhalten. Das ist dann definitiv eine Wissenschaft für sich. Das macht ihr nicht nach fünf Minuten. Das ist, denke ich, mal jedem klar. Grundsätzlich als grober Indikator, wenn ich im, ich nenne es mal höher qualitativen, Land- oder forstwirtschaftlichen Bereich, im Bereich der Multispektralsensorik, inklusive Drohne einsteigen will, bin ich je nach Drohnenmodell so um die 5.000 bis 10.000 Euro unterwegs. Kleinere Varianten gibt es auch, aber die sind dann von der Messgenauigkeit relativ schlecht, beziehungsweise von der Auflösung. Das heißt, ich muss dann sehr tief liegen, um auch kleinere Auffälligkeiten auf meinen Pflanzen zu erkennen. Und das bringt dann bei großen Flächen nicht so viel. Wärmbilddrohnen, wie gesagt, gute Modelle, so ab 5.000 Euro. Im Hintergrund die Matrice 300 zum Beispiel, eben auch mit der großen Wärmbildkamera, so im High-End-Bereich, auch im Bereich Inspektion, Großflächenvermessung und so weiter einzusetzen. Fliegt eine Dreiviertelstunde, also echt lange Flugzeit. Und da bin ich dann ungefähr bei 20.000 bis 25.000 Euro netto unterwegs. In diesem Bereich bieten wir euch auch Komplettpakete an. Das heißt, Drohne, auch kleinere Modelle natürlich, aber eben nur im professionellen Umfeld. Wir sind nicht im Hobbybereich, einfach gesagt, unterwegs, sondern nur im Bereich professionelle Anwender, landwirtschaftliche Anwender etc. Da können wir euch die Drohne mit einer persönlichen Einweisung vor Ort oder an unseren verschiedenen Standorten oder am Hauptstandort Bielefeld, an dem wir gerade hier sitzen, eben persönlich eine Einweisung geben. Das ganze Ding ist voreingestellt. Ihr habt sofort einen persönlichen Ansprechpartner, wenn ihr Probleme habt. Und das unterscheidet uns halt zum Standard-Online-Shop. Also wenn ihr Qualität haben wollt, super Support haben wollt und auch 15 Jahre Erfahrung davon profitieren möchtet, dann kommt zu uns. Wir helfen euch auch im Bereich Software dann weiter und ihr könnt von 0 auf 100 in diese Drohnentechnik einsteigen. Auch natürlich gerne, wenn ihr schon eine Drohne habt, hier, ich habe mir eine Mavic gekauft, Mavic Advanced und fliege da als Jäger rum und mache was auch immer. Wenn ihr das als zwei Fernpilotenzeugnis, also den großen EU-Führerschein haben möchtet, zum Beispiel, wenn ihr auch Anwendungen im Bereich Gewerbegebiete habt oder näher als 150 Meter an Wohngebiete und Gewerbegebiete heranfliegen möchtet, weil euer Schlag direkt an der Grenze des Wohngebietes angrenzt, dann dürft ihr das als zwei Fernpilotenzeugnis machen. Das gilt europaweit. Da haben wir verschiedene Schulungspakete auch oben verlinkt. Und schaut euch das gerne an. Und da würden wir uns freuen, wenn ihr das mit uns machen möchtet. Wenn mir die Multispektralkameras für meine forst- und landwirtschaftliche Anwendung nicht ausreicht, um eben meine Anomalien im Pflanzenwachstum zu erkennen, dann gibt es noch Hyperspektralkameras. Die haben zum Teil mehrere hundert oder mehrere tausend Kanäle. Wie es sich angehört, Hyper ist immer auch hyperteuer sozusagen. Das heißt, das ist eben nichts für den kleinen Landwirt. Das funktioniert alles nicht. Das ist eher im Bereich High-End wird das angesiedelt. Und so die typischen Hyperspektralkameras, die wir in Drohnen integrieren, da bin ich locker bei 50.000 bis 100.000 Euro für das Sensorsystem alleine unterwegs. Also das ist eher für sehr spezielle Sachen, für Forschungseinrichtungen, für Unternehmen im Saatgutbereich oder ähnliches, die da einfach sehr hohe Genauigkeiten brauchen. Und dann kann ich extrem eng, extrem präzise messen und einen ganz speziellen Fehler im Pflanzenwachstum detektieren. Nachteil ist, die Sensoren sind halt echt speziell. Es ist kein Massenmarkt und dadurch sind die Sensoren einfach sehr teuer. Auch dafür haben wir entsprechende Drohnen und Integration und können euch da auch bei Hyperspektralsystemen helfen. Da haben wir auch ganz gut Erfahrung und einige Kunden, die das im Einsatz haben. Aber das ist absolute Nische. Was ich noch machen kann, ich bin jetzt im Bereich eben auch Maisanbau unterwegs, ist das Thema Trichogramma. Viele werden es mitbekommen haben, die im landwirtschaftlichen Bereich unterwegs sind. Trichogramma ist ja eben die biologische Schädlingsbekämpfungsmöglichkeit für eben Mais-Schädlinge. Ich arbeite dann eben mit dem Mais-Zünsler, beziehungsweise gegen den Mais-Zünsler sozusagen. Und das, was ich mit der Drohne machen kann, ist, dass ich unter der Drohne nicht in dieser Größe, sondern wenn ich eine Stufe größer von der Drohne im Hintergrund habe, dass ich da dann eben ein Behälter sozusagen drunter habe und über diesen Behälter fliegt die Drohne dann zickzackförmig meinen Schlag ab und würde dann zum Beispiel alle 10 Meter diese Trichogramma-Kügelchen auswerfen. Da haben wir schon vor sieben, acht Jahren die ersten Systeme entwickelt, zusammen mit den Herstellern von Trichogramma-Kugeln und haben da auch viel Erfahrung. Wenn ihr da Kontakte braucht, hier, wer kann mir denn da eine entsprechende Abwurfvorrichtung liefern und so weiter, dann auch gerne melden. Und wir liefern dann oder können dann die entsprechende Drohne mit Schulung und allem, was dazugehört, euch gerne anbieten. Das ist Trichogramma, biologische Schädlingsbekämpfung. Es gibt auch andere Möglichkeiten von der Ausbringung von Material, zum Beispiel für Weizen-Nachsaaten werden die Drohnen auch eingesetzt. Da gibt es große Drohnenmodelle, die auch zum Teil 20, 30, 40 Kilo an Mittel mitnehmen können, also entweder Nachsaaten mitnehmen können oder auch natürlich Schritt für Schritt auch speziell in Richtung Weinbau, wo es einfach dann kosteneffizienter ist, mit der Drohne in der Steillage auch Besprühung durchführen kann. Da laufen auch seit Jahren die Zertifizierung von Drohnenmodellen. Da können wir euch auch gerne Kontakte zu entsprechenden Profis herstellen, die da sich täglich mit beschäftigen. Wir sind da nicht die Vollprofis, was Weinbau angeht. Ist absolute Nische, sondern können euch bei den anderen Themen sehr gut helfen. Aber eben Sprüheinrichtung an Drohnen. Natürlich macht es keinen Sinn, wenn ich 2 Liter nur mitnehmen kann, also 2 Kilo an Sprühflüssigkeit und alle 20 Sekunden nach Hause kommen muss. Das ist ineffizient, das ist jedem klar. Aber wenn ich 20, 30, 40 Liter mitnehmen kann, dann wird es in manchen Anwendungen schon langsam sinnvoll und da gibt es auch entsprechend große Drohnenmodelle, mit denen ich das auch darstellen kann. Das wird ehrlicherweise in Deutschland oder Europa noch ein paar Jahre dauern, bis das im größeren Stil kommt, also bis auf die Nischen wie Weinbau. Aber ansonsten ist das ein Thema, was man einfach im Auge behalten kann. Da gibt es schon passende, schöne Technik und da kommt auch immer mehr auf den Markt, was ihr nutzen könnt. So eine typische Sprühdrohne nur als Beispiel, da bin ich je nach Nutzlast, je nach Größe um die 10.000 bis 25.000 Euro typischerweise unterwegs, also auch nicht billig natürlich, aber das ist auch ein Riesenmonster, wo ich mich fast selbst drunter hängen kann. Wenn ich nicht etwas Übergewicht hätte, wäre das vielleicht irgendwie möglich. Aber das sind natürlich Riesensysteme, die kriege ich leider nicht für 2.000 Euro, aber es ist alles noch im überschaubaren Preissegment, wenn man das professionell machen möchte. Also Sprühdrohnen auch eine Möglichkeit. Wir haben ja schon ein paar Sachen auch im Bereich Forstwirtschaft angerissen. In der Forstwirtschaft gibt es absolute Nischenthemen. Das heißt, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, mit der M300 im Hintergrund, wenn ich jetzt mit der Drohne über dem Baum fliege, egal was das jetzt ist, um Proben in den Baumspitzen zum Beispiel zu entnehmen, was sonst ein Riesenaufwand ist, aber mir als Forstwirt einen Riesenmehrwert einfach von der Messung her bietet, ist, dass ich mit der Drohne drüber fliege und blöd gesagt, das funktioniert wirklich schon echt gut, ein Seil drunter habe mit einer kleinen Schere, also einer Assschere sozusagen oder eine kleine Säge, ähnlich wie die Harvester arbeiten, nur alles in klein, fliege da drüber und schneide mir eben eine Spitze von meinem Nadelgehölz oder was auch immer ab und kann dann eben auch im Bereich Baumspitze oder Blattspitzen eben arbeiten und mir da entsprechende Sachen angucken, wo ich sonst eher nicht hinkomme, zur Bestimmung meiner Qualität des Bestandes. Typischerweise auch dort Multispektralkameras, um da eben auch Borkenkäferbefall und so weiter frühzeitig zu detektieren. Es gibt auch verschiedene Anbieter, die Softwarelösung oder Dienstleistung haben, um mit den Drohnen dann vollautomatisch auch Bestandszählungen zu machen. Das heißt, ich bekomme dann eine Info, du hast auf diesen 40 Hektar hast du 43% Buche, 20% Nadelgehölz XY und noch das und das stehen, damit ich einfach ein bisschen besseres Bestandsbild habe, was ich von unten nur sehr schwer bekomme, wo ich mit der Drohne viel schneller eben eine Übersicht bekomme und auch eine Info bekomme, hier 40% deiner Gehölze sind über 13 Meter hoch und so weiter. Also wirklich sehr präzise Informationen, auch wie der Wachstum in diesem Schlag ist und welchen Bestand ich habe oder ob der Bestand irgendwelche Krankheiten oder ähnliche Probleme hat. Auch da natürlich wieder die Möglichkeit, das auch mit Wärmbildkameras zur Detektion von Schalenwild und so weiter zu verwenden. Das ist klar, geht im landwirtschaftlichen Bereich sowie auch in der Jagd- und Forstwirtschaft alles genauso. Es gibt noch ein paar andere spezielle Themen im Bereich eben auch Forstwirtschaft, Biomassebestimmungsmöglichkeiten etc. Aber wenn ihr überlegt, eben in diesem Bereich einzusteigen, wäre meine Empfehlung, nicht sofort ehrlicherweise mit den großen Dingern sofort einsteigen, sondern ganz in Ruhe mit einem kleinen Modell, was man auch mit der Wärmbildkamera vielleicht parallel für seine Jagd verwenden kann oder so. Da einfach die ersten Gehversuche sammeln und dann Schritt für Schritt dann auf die größeren Modelle für die Spezialanwendung, wenn man es dann überhaupt braucht, dann aufsteigen und umsatteln. Weil hier die kleinen Modelle kann ich halt gut einsetzen, diesen Preiswert. Und auch wenn ich ihn mal im schlimmsten Fall gegen den Baum setze, ist die Reparatur auch im Normalfall echt mit wenigen 100 Euro gemacht, wenn nicht sogar kostenlos. Weil hier bei dem Modell ist für das erste Jahr auch bei uns eine Art Kaskoversicherung mit enthalten, dass da eben auch Schäden an der Drohne dann auch abgesichert sind und ihr da nicht selbst für aufkommen müsst. Wenn ihr andere Ideen zu Videos habt, wie vorher schon gesagt, dann unbedingt kommentieren, auch wenn ihr Verbesserungsideen habt, reinwerfen, guck mal hier, du hast dich nicht gewaschen, guck mal danach und so weiter. Dann sofort reinwerfen, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die euch stören oder sowas, dann versuchen wir das eben nächstes Mal noch besser für euch zu machen. Und ansonsten, bitte auch kommentieren, weil wir planen aktuellen Q&A, also Frage-Antwort-Themen, zu unseren Unternehmen, zu unseren Anwendungsmöglichkeiten und so weiter. Wenn ihr spezielle Fragen habt, guck mal hier, wie macht ihr das denn, was waren denn eure spannendsten Projekte, werft das rein, wir werden das in einem folgenden Video dann mal aufnehmen. Auch Schritt für Schritt die verschiedenen Mitarbeiter mal vorstellen, dass ihr überhaupt seht, wer steht denn alles dahinter, wer kümmert sich denn um meine Angelegenheiten. Und ansonsten, so wie immer, kommentieren, abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr auch immer auf dem neuesten Stand seid. Und folgt uns bei Instagram, schaut da immer, was an neuen Sachen kommt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schön, dass du so lange dabei warst und eingeschaltet hast.